Ich denke, man sieht sich? Ja, man sieht sich. Okay, cool. Würdest du meine Telefonnummer haben oder lieber nicht? Ja, das wäre gut. Hast du einen Schnitt? Nein. Tja, also, wenn du mal in der Nähe der Uni bist, ich hab meistens so einen Fünfschluss. Aber es ist doch schon fast zwei Tage her, dass du ihr das QT375 gegeben hast, oder? Mhm. Ja. 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 Ja.